So, jetzt gehen wir in die Geisterbahn, oder was ist das? Invasion im Horrorhaus, ja, tatsache. Geisterbahn, ha! Geil. Also bisher steigert sich jede Welt, muss ich sagen. Es hat gut angefangen, wir haben das schöne Strand. Jetzt der Freizeitpark ist nochmal eine Stufe geiler. Also, Level Design ist hier mega cool. Äh, halt. Also, da kannst du nicht mehr kommen. Also, da rieben Props an die Entwickler für Level Design. Mega cool. Uh, okay. Haha. Ich bin so geister als Gegner. Ich bin so geistert. was ist das nächste geist und versteckt wurden ich hoffe das war jetzt auch der erste erst mal hier rechts ja hier muss ich jetzt falsch gemacht kannst du echt nur schwärmen das ist wirklich übel die leitschuhe ihr seht schon die schwärmen hier übelts aber das ist doch völlig verdient dass man hier schwärmt so jetzt bin ich in der lampe oder was lieber stopper was kann ich damit machen okay aber damit kann ich natürlich nicht kämpfen das ist der nachteil das ist schon wirklich geil gemacht weiter doch ja noch feiner Da komm ich nicht rüber. Ich muss erstmal hier lang. Ist das Zelda seit Snack, die sie versteckt haben? Nee. Ah, das kommt wohl noch vor. Oh, den kann ich nicht besiegen, Alter. Ach, der sieht mich nur, wenn's, wenn's, ah. Der sieht mich nur ins Helles. Jetzt weiter, oder? Jetzt muss ich es ändern. Schneller! Ach. Ich bin gut in der F... Challenge Raum. Okay, brauche ich Boomerang. Aha. Ah, ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Gut. Kann ich jetzt die Birne, wo er mitnimmt? Wahrscheinlich, oder? Scheiße. Das ist mit Zeit, oder? Ja. Ah, da ist Macaron, das ist wahrscheinlich ein Verstecktes. Ja, zwei. Ah, ich bin mir auch unsicher, ob ich da alle habe. Okay, wir gehen erst mal nach rechts hier. Ah, hier ist er noch. Musik ist so grandios. Jetzt kommen wir nicht mehr auf. Wurde ich ablegen. Kommt wahrscheinlich ein Boss, oder so. Was haben wir hier jetzt? Das ist nur ein Bild, jo. Ja. Das hat man, glaube ich, gesehen. Das hat man, glaube ich, gesehen. Oh, hier sind ja so weit keine Süßigkeiten versteckt. Äh, das ist kapseln. So ein Bild. Oh, Alter. Was ist das denn für ein Ding, ey? Was ist das denn für ein Ding, ey? Ah, da ist der letzte versteckte Essen. Ja. Da fehlen auch immer mal wieder zwei Ziele. Komm ich hinein. Steinen fliegen einfach. Tatsache. Ei. Bremst, Kugelblitz, Blabhase. Das linke ist ein Bild. Ja. Oh, Automat. Vollstopper. Oh. E fazer Permanente. Ja. Einer hat ihn recht zur Entwicklung sein. Gott. Nurst, Kugelblitz. Oh. Nehm. Mädchen. Schnellflug. Oh Gott, oh. Zerstöre 13 mit dem Automatenstopfer. Ein Zieh hat nur gefehlt. Schauen wir mal. Was soll ich sagen, wenn noch mehr ein cooles Löffel sind? Kann man nichts anderes sagen. So, was wird noch? Schließt ihr den Abschnitt ab, ohne Geist-Golos zu berühren? Das werden die Ähnen, die mit dem Licht angelockt werden bestimmt, oder? Ich schätze, das sind die mit dem Licht. Also einfach von keinen Geistern berühren lassen. In der neuen Welt hat sich Pixel vor allem durch seine Spitzenstacheln einen Namen gemacht. Als es noch klein war, waren diese noch stimmelig. Doch irgendwann wurden aus ihnen gefährliche Waffen. Wer Pixel zu nah kommt, kriegt diese zu spüren. Bei Angst vor Nadeln also lieber Abstand halten. Auto und Gordo-Stange. Ja, wenn das Gordos sind, dann sind das die... Ja, das sind die mit dem Licht. Der hat mich ja getroffen vorhin. Die Wundaria Traumparade. Okay, da lassen wir es halt nicht treffen, wir die. Okay. So, also einfach versuchen, nun dunkel zu laufen. So wenig wie möglich die Birne aktivieren eigentlich. Schon passiert eigentlich nicht viel. Das kann ich ja mal größtenteils durchrennen. Ich hoffe, die sind das jetzt nicht. Oder wie möglich die Zgeуют. Ah, ich bin schon schwer. Ach, es ist schon mal angefangen. Aber ich bin schon mal. Ich bin schon die Zeit. Auch Intensiv. Ich hoffe, das waren die jetzt nicht, sonst habe ich ein Problem, aber ich glaube nicht. Das sind wie jeden mit den Stacheln. Sonst würde ich darstellen, lass die von keinem Geister treppen oder so. Das war es ja nicht. Ich baue die anderen, ich bin levar und ich danke. Ich sagte, dass das nicht alles sehr am Ende nied, sondern ich gerne. Also die, einen noch. Die Kapseln können wir natürlich noch einsacken, weil die sind ja immer neu. Das ist vier. Das darf mich nicht retten. Aber wenn ich die Lampe nur ganz kurz anwende, dann passiert das ja nicht. Das darf mich nicht retten, wenn ich die Lampe nicht retten kann. Lass mich nicht reizigen, wenn ich das nicht reizigen. Das war's. So, ich hoffe, dass die normalen Geister zählt da jetzt nicht dazu. Jetzt hab ich nämlich schon versagt. Ach, scheiße, ich muss ja... Hier kommen ja, glaube ich, keine. Ich hoffe mal, dass es jetzt trotzdem zählt. Ernsthaft jetzt? Oh, doch, ich dachte jetzt, ey. So, ein Level. Jetzt schaffe ich noch Bombenblock. Und... Diese entzückenden Bewohner vom Planeten Pop standeten bereits vor Kirby in der neuen Welt, bedroht von einigen wilden Bestien, die sie gefangen nahmen und ihnen ihr Essen stahlen. Waren die Aussichten anfangs nicht rosig, doch Kirby half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen. Das Riesenrad Level schaffe ich noch. Den Boss, der müssen wir... Und die Risse müssen wir das nächste Mal machen. Ich hab jetzt schon anderthalb Stunden. Die Zeit verfliegt ja. Ich hab jetzt noch prominence. Dimmg Gratze. Dimmg Gratze. Untertitelung des ZDF, 2020